9 spring nicht weil ich tut nur die ist gar nichts passiert wie kann das sein wo bin ich hat hier wo bin ich sag es mir etwa hier er ist ein Auge schaut heraus was macht ich spiele Musik das ist rock'n'roll verstehst du auch ja herzlichen willkommen zurück zu Let's Play Herdinger online und Walros hat uns ein Auftrag gegeben Bede Wisse zu töten nur ich hab keine Ahnung wo aber da oben an der Grenze zu erwänden aber darauf gehen sollten wir noch nicht soll es ist ab level 30 und das muss er wenn du meinst du ja und das nicht sehr förderlich für uns sagen wir so weil die Haus mit einem Schlag weg schaffst du ja dein Gehirn davon aus ich hab' den Fuchs getötet ich hab' den Fuchs getötet so um Richtung Norden du 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 wo irgendwie kommt mir vor ich mal ziemlich viel Schaden ist auch so ja und du gar nicht ja ah Hobbit Geschenk offenen und wir bekommen 3 Bohnen für Laufgeschwindigkeit im Kampf das ist so ziemlich die Arschkarte das bringt sich ein Kack macht er einfach das lauft 10 Sekunden lang schneller und das war's Hammer ja ja sind wir dann bald endlich da ich hätte natürlich auch das Pferd nehmen können aber ach ja ne stimmt braucht's ja nicht wir müssen das als Player strecken ja das macht voll Sinn einfach nur laufen ja weil wir eh nie fertig wären mit dem Spielen wahrscheinlich ja ernsthaft nach 500 Parts dann hast du dir schon mal überlegt wie das dann aufhört äh nö weil wie soll das aufhören bis wir so weit sind wie es mir jetzt geht ist die nächste Erweiterung schon draußen also kannst du knicken und wo geht's da rein da vorn ja sag das doch gleich so im Beuteler haben wir normale Felle das ist einfach um besser Rüstung zu bauen gleich wie die leichten Felle und dann gibt's dann immer so das ist das was ich nicht kann äh was das ist das was ich letzt mal nicht geschafft hab ja genau das das ist ja toll ja einfach die Bildwiese umhauen man kann damit bessere Rüstung bauen wenn man es kann ja wenn man es kann ja und dann wird auch der neue Fertigkeit die Probe ich mal aus lauf weg sinnvoll das bringt sich so und wie ihr nachher aufdruckt dass sie noch mehr das machen müssen das ist immer so dazu typisch jub jub so ausliegen so und wupp dich und den Norden ich glaube bis hier schon längst alle seit 30 mal das andere Pferd um es zu zeigen da so sieht das aus und dann laufen wir zurück zum Walross wie heißt der Halross 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 ja echt fast so ja Beutel blündern und der Bär daneben er kotzt in die Luft was der Bär da hat dich angebrüllt aber weil du schon längst weg warst hat er einfach hat so ausgeschaut dass er gekotzt ok oh ich sehe mein Inventar ist voll ah ich habe einen Ring gefunden vier Wilder den wollte ich schon immer Wilder und so mal jetzt bin ich noch im Kampf dass man es nicht anlegen mhm echt nicht so hat sich erledigt passt auslustern ein Langschwert doch nicht ich habe auch eins sein und Langschwert Held das kann ich sogar verwenden ist das was meins aber ich würde er denn nicht hier und dann haben am meisten immer mehr er hat und in der Nahrung wo ist man kriegt sowieso beides so M spricht mit Grenzer Sauberstein was Sauberstein das das auch Pia wird besser zum Thema Niveau haben wir schon mal diskutiert warte ich selbst einmal hier den Marktsteiner können uns her porten falls wir irgendwann her müssen was ich bezweifle was ich bezweifle ah da oben hier da oben eine Hobbit Lampe ein Lampe Duser da oder nein der nicht und was hat das jetzt gebracht hallo mh interagieren interagieren das bringt sie gar nix interagieren okay ich lass es in die Richtung muss man weiter oh schau da so eine Kiste die kann nicht aufmachen die hatten Auftrag die siebte Jahr und nimmt etwas kommt dann machen wir mal da bei dem Typen da bei Bodo gut bleibt wo ist seine Kiste ach die ist dann muss auch Deko bei der Statue ähm wo wo da hinten aus und haben sie dürfen dies für den Arsch und wo sie den Auftrag also von dem Typen um da in die Wachstube wieder hoffe ich zumindest seit gegrüßt und nach Stollen ich hab gedacht dass du den Auftrag aus der Kiste hast das ist ja gut dann laufen schnell einmal Bären töten und dann machen wir weiter mit dem Prolog mit dem Prolog und da machen wir wirklich nur noch den Prolog weil ab Level 15 müssen wir nach Bredand hätte ich mal gesagt und müssen wir oder müssen nicht da war halt ich weiß nicht wo sonst hin in die Nordhöhn Prolog Prolog kann man auch auslassen was machen wir die Hauptstory geht dann weiter dort was machen wir nachher eigentlich äh Nordhöhn das ab 20 oder so gell ja genau dann sind wir grad mit Brede fertig 20 wenn ich so lächerlich werden muss kauft steht das ist ab 17 ist was ja die Nordhöhn was soll ja es geht erst auf ja hinzugehen das vielleicht ja aber der Rest wir sind mit der wird 20 und 21 Aufträgen ja genau aber die Nordhöhn sind ganz cool finde ich also es geht also ich hab sie noch nie gespielt ja am Ende ist es dann ein bisschen zart sich dann aber sonst der Anfänger ist cool drei Bären vier Bären ich töte gerade den Wolf obwohl sie unnötig ist Himbeer so gar nichts endlich hält er mal die Klappe wer da Tüklings neben mir sechs Bären und keine mehr in Sicht das ist immer so toll und man hat es auch oft regelt das Mann um 10 von irgendwelchen Gegner töten müssen in dem Gebiet sind nur 5 das ist das ist es gibt es manchmal aber es ist so dumm aber das noch ein Bär und da hinten sind noch ein Bären die Bär die Bär die Bär die Bär 6 Bären jetzt aber egal echt ich dachte das zählt zusammen wahrscheinlich wird so weit weg wenn wir die ersten zwei kann sein muss er nicht so sein du hast ihn umgebracht die kannst du die Bär da ist noch einer du bist sehr grausam zu richten so was kann man nicht okay ich wollte warum tötest du denn ja ich weiß nicht du bist so grausam ja prinzipiell mann das ist sicher ich bin die Bär eine Maxima hat nein nicht einmal ich finde es lustig dass der steht wenn ich in Anstrengung Musik spielt ja ich spielst du so schlecht danke so ich steig mal kurz aufs Pferd ich brauche und heimlich dabei selbst geht nicht ich brauche irgendwie noch ein Bären was echt ja ok dann warte ich kurz würde ich sagen und ich habe schon wieder vergessen zu stellen ist egal na wurscht da macht man es halt länger ist ja egal ja oder wieder zu kurz weil wir es nicht denken oder kürzer ist ja egal schaut sich eh keiner an ja da ist die Länge dann auch egal ob es wer anschaut oder nicht ja eh können wir auch zwei Stunden machen ist ja wurscht ich glaube nicht dass es gut kommt ja und ich glaube das Rendern wird auch lustig hm bei 40 GB ich habe da noch einen Bären aber den brauchst du nicht mehr heute hat er mich an ich suche gerade einen Bären du brauchst eh normale Fälle gell fürs Handwerken ich habe keine Ahnung ich denke schon ja das kommt danach das muss man auch leveln das Handwerken also ist es immer gut die Sachen zu sammeln weil erst wenn man genug von einer gemacht hat kann man aufsteigen und kann bessere Sachen bauen also wie Levelsystem ja genau das wollte ich gerade sagen kurz mit euch sprechen besorgt einen Schädel Gefährtengruppenauftrag ja das auch zu zweit hin weil wenn ich dich heile du hast eh 600 Leben ach komm jetzt warte für den Auftrag weißt du was so toll ist nein man will aufs Pferd aufstehen und genau dann wenn das Pferd da ist dann greift dich wer an ich tue kurz einmal umskillen auf blau damit ich dich heilen kann du solltest auch auf blau gehen um zu tanken ok bei der Tankstelle so was ist das für Fertigkeiten wii magic warte was ist ein blau was ist blau ich bin jetzt auf blau glaube ich mal ja hast du die Punkte verteilt ja ok oh 173 bis 248 Heilung ich stehe dort der Heilige ein Drittel von deinen Moral mit einer Fertigkeit dann habe ich noch zwei andere ein Drittel also 208 40 es ist nicht wenig 30 Sekunden lang alle drei Sekunden 8 bis 12 habe ich auch noch und mich selbst kann ich um 124 heilen ja gar nicht schlecht ich glaube das schaffen wir leicht doch nochmal schon ja ja müsste schon hin und warten hast du noch so einen ähm Schrift der Regeneration und so dass du mehr Moral kriegst für so eine eineinhalb Stunden ähm wo hast du denn her überhaupt den Auftrag äh den kriegt man da wenn man das abgeben hat dass man mit dem reden soll ja spricht mit irgendwem Stollen genau der ok sonst nimm auch Heiltränke vor dass es eng wird ja aber hm da habe ich so ein Zeug ok ich tue das mal alles da raus warte ich geh einmal kurz verkaufen kann man das hier oder nö kann man nicht dann schmeiße ich halt das unnütze Zeug raus ist ja wurscht ist ja scheißegal nasse Tierhäute Violette Farbe äh Mathe Tierhäute ich frage mich jetzt wenn man alle Aufträge macht ja wenn man alle Aufträge macht ist das nicht irgendwann so dass man nur türkise Aufträge hat ja oder grau sogar dass die gar nichts bringen mhm so hast du den Auftrag ja dann nehme ich einmal die Schrift da und die gebratenen Pilze die sollen wir sonst im Schädel besorgen steht da ja also einfach eine Ration was ich hab einmal alles genommen setz Heiltrank raus auf die Leiste ich esse was ja einmal kannst du die Pilze und die Rationen weil das sind unterschiedliche Sachen da nehme ich verringerte Gegenstandsabnutzung das nehme ich und ja sollte hinhauen oder soll ich das machen mit dem dass ich Prozent 150 mehr Moral habe ja mach das genau ok was dann gehen wir los für eine Stunde 30er sogar ja ist die Heilung gut nein ok doch ist gar nicht schlecht geht was du solltest vorgehen denk ich mal nö oder wart sind da noch andere Aufträge ne ja genau nimm den da auch noch an ok einfach ein paar Spinnen umhauen aber ich kann trotzdem noch Schaden machen also an den Grünfeld Scheiße müssen wir gesehen ja zuerst um ach so da sind wir jetzt ja genau ach ja da habe ich mal irgendwas gemacht ich weiß also tausend die Heilung gut 210 als ich nicht kann ich ja nicht richten oder mystische Musik ja wir ließen so es geht doch besser vor Schott die Heilung und die Heilung die sie nach gut jetzt brauchen nicht bitte sie in der Freude auch machen wenn ich einmal und heute ich halte nicht die gut Idee ich glaube nicht warum bestätig du musst auch denken dass sie auch von der Spiele weg ich glaube von der Spiele der Welt und sie greift mich von hinten an und steht ausgewicht du musst die Anstrenger schreien wo ist meine Anstrenger Fertigkeit ähm ich weiß es nicht das glaube ich schon Esel bei dir so schaut das eigen aus weißt du was toll ist wirst du welche was ich gerade für eine Viertigkeit erfasst genutzt haben also ich habe eigentlich aber gedacht warum dauert diese lang weil ich gelesen was da steht zurückkehren zum ersten Heim verhältnissen das ist ja das ist es wohl wieder nein da wo wir den Markt steht ach so das hat so viel Sinn gemacht was ich mich allerdings fragt warum die Gondamon Musik spielt nichts davon oder es ist die Musik ist das der Schrei wort machen noch mal ja wurscht gegen eine ist kein Problem so gebrauchen sechs Stück da drüben ist einer wo vor auch Fuß gebrochen ich mache trotzdem noch so viel Schaden obwohl ich auf Heilung bin und was er da machen ist ein Gruppenauftrag nein das noch nicht wenn wir in die Höhle dort unten reingehen das machen wir noch in dem Part okay achten Scheiß braucht keiner na nicht so warum tötet ich die Beiße überhaupt ähm weil die sie schon alle haben ja nur deswegen Königin oder so und effizient wie möglich sein willst ja jetzt sind ich bin ich hier schon bald wieder auf Level 13 ich glaube auf 16 oder so brechen wir einfach ab mit dem Prolog und machen in Bre weiter oder ja bis 20 und dann gehen wir in die Nordröm ja weil die Buchaufträge die werden immer so am Anfang gibt es ein paar Prozener Stufe gibt es immer ein paar Buchaufträge zu machen nur für fünfzig dann halten Haufen die machen wir dann alle in Angen und so äh weil sie hinterm Zaun steht kann es sich nicht angreifen ist klar toll weil wenn du Musikspielst du es ist sehr wurscht sie hat es trotzdem sie muss die Logik also es ist auch dann kann ich ihm nichts anhaben genau dann steht da oben so taub statt ihm so die Königin wo da rum soll ich raufkommen na hat sich schon erledigt also da unten ist jetzt die Höhle genau Königin braucht noch eine zweite ja drinnen gibt es auch Spinnen in der Höhle also gehen wir mal rein oh ich hab da grad zwei weil ich halte nämlich gar nichts aus man glaubt so ich hab viel Leben aber die brauchen zwei dreimal drauf und ich bin schon unten ne du hast ja keine Rüstung ja genau das muss man immer schön weglaufen so ein Konkon unterbrochen ach das erinnert mich an was hübsch das ist das erzählen das braucht keiner wissen nein 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 naja das schreibt man es oder ja das schreibt man kann kann also soll niemand wissen na nein hübsch 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 ziel Breland reist nach Breland jetzt schon naja dann machen wir mal die Höhle und dann gehen wir rüber wirklich im nächsten Part dann Breland können wir machen ja ok starten wir im nächsten Part gleich dort mach ma weil diese Besserung die Gegner schwerer sind weil dann leveln wir schneller weil das hinreißen muss eh niemand sehen ja wir sollten auch aufs Prinner wissen leveln dann weil ja ganz ehrlich sonst wird das Let's Play viel zu lang auch eine Königin Hilfe 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 Angst drei Spinnen auf mich Schönheit Schönheit Schön selbst teilen das Prozent Nein ich heile mich nur sicherlich auch nebenbei ich töte mal die zwei von mir und dann okay schweigt die auch mal an du machst du keinen Schaden vor 2 Ok Ok Pass boah und 456 Bisto gar nicht schlecht um Prozent da da Prozent ich würde er hat wo müssen wir genau hin da wurde der Steinbrunn Scheren habe eine Höhle der Höhle ist er genau auftrag für sechs Leute für sechs Leute es müsste zu sechs sein mehr geht so auch die Gäste der Post vor weiß ist der Auftrag als muss er nicht sagen da ist der Schädel also sind wir fertig das für ein luscher Auftrag jetzt unbedingt so schwer es sei denn es kommt noch ein Boss das kann auch sein wahrscheinlich eh okay das war's gehen wir zurück raus und geben den Auftrag ab Jupp ich bin schon toll aus nur die Frage ist ähm auf der Karte sieht man sie schauen wir noch in den Gang da falls da noch irgendwas ist vielleicht ähm nö Sackgasse ja ja so schwer war es jetzt nicht ja das hat sich in Grenzen gehalten warum ich glaube ich hätte nicht unbedingt auf Heilung warum für sechs Leute das ist jetzt übertrieben so schnell um es gehen ich auch ja auch was so die Leiter verwenden alle gespawent hier dadurch noch bleiben kurz zu bilden nachkommen tot oh ich bin vergiftet die die auch noch Beber den schreicht auch runter ich glaube einfach die schrecken sich ich finde es so toll ich spiele nicht im Vollbildmodus und deswegen ist bei diesem Eigenschaftsfenster das ganz unten wo anwenden steht nicht drauf und ist so toll er spielt auch ein Fenster-Modus als man aufnehmen anders nicht irgendwie müsste es gehen ja mit der Capture Card die Kaufsülle hier am Mann kostet halt ziemlich viel geht er nicht oder okay ich hab gerade auf dem Timer 14 Minuten 14 Minuten seitdem ich ihn eingeschalten hab ja ich glaube es sind schon 20 oder mehr ja doch 25 werden sie dann bald sein wirklich? so lange schon? ich weiß nicht ach schauen wir mal das ist ein Marathon ja jetzt müssen wir das zu irgendwen bringen das machen wir noch schnell und zwar wo? dann können wir nächstes Mal nämlich gleich beginnen im Dreh oh nach Michelbinge ist das weit? er ist am anderen Ende vom Outland ja stimmt ja dann reiten wir mal geschwind spannend ist es wie immer warte mal da ist noch was anderes zum Abgeben oder? anderer Auftrag ähm welcher? du meinst jetzt den Prolog oder? ja genau ich hätte noch einen anderen Auftrag den hast du auch so schön nicht hä welchen? mit irgendwem Tuck sprechen irgendwas mit Tuck Tuck ähm bei Wegscheide oder so ja hier hi 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 keine Ahnung was Tuck hast du jetzt warum ich den Namen sagen wollte? ja nein aber das sind ja alles schon für 10 und 9 weißt du was ich jetzt mache? ich breche die Aufträge einfach ab weil die bringen ja nicht die anderen so 5 EP bricht ja auch einfach ab weil das braucht die keiner mehr ich hab dann nur noch die beiden Prolog und Zielpräland ja alle alle wo auch dann irgendwie man kann das ganze Outland draus haben ja irgendwie spinnt Skype gerade aber ist ja nichts Neues bei mir zumindest äh bei mir geht's ja jetzt geht's eh wieder nur vorher gerade ähm bin ich da jetzt umsonst drüber kippt schon keine Ahnung ich reite da irgendwo ins Nichts warte ich wieder mit ans Ufer mit dem Auftragsfenster im Blick ich sehe gar nichts hey ich bin sogar richtig so toll ich mach das Auftragsfenster auf du die Aufträge raus und dann bin ich nachher bei der Brücke genau da boah ich muss echt einmal Platz schaffen im Inventar der ist ziemlich voll das mache ich dann in der Aufnahmepause ja ah ja diese M.A. von Dinger da die bringen Ruf das kann ich kurz mal zeigen während der Reise da ist das Ruffenster und wenn man halt so viel Ruf kriegt dann wird man halt kriegt man Bonus Sachen die Sachen die man kaufen kann werden verbilligt und man braucht das für bestimmte Gegenstände nach und sowas also für die legendären Waffen und so aber erst auf Level 70 also jetzt ist es noch nicht wirklich wichtig das Spiel mit dem viel komplizierter mit der Zeit also spätestens auf Level 50 mit den legendären Gegenständen ist es schon zart ja so in Hoppingen sind wir und was sagst du so zum Wetter ja also stimmt wie immer echt beschissen heute oder da hat es schon im Vergleich zu gestern muss man schon sagen und jetzt kann sich jeder der das anschaut überlegen welche Tag heute ist ja genau bitte in die Kommentare schreiben ein kleiner Tipp es ist 2014 ach komm nein ja aber ich könnte ja da unten rechts da unten wo man im Ausgut ist wo es schwarz ist da könnte ich das ja reinschneiden aber ich mach's nicht Mitte Uhrzeit und im Datum für was ich weiß auch nicht ich will einfach nur die Zeit strecken ich glaube es ist jetzt schon ziemlich lang der Fahrt ja es glaube ich auch aber egal wen kümmert's ich bin schon bei ehm der Wegscheit ich bin schon bei ehm der Wegscheit ich glaube ich vor dir oder ja du bist gleich in Michel Binge woher weißt du das joo soll's nicht falsch abbiegen passt jetzt bin ich da ja wie geht's dir denn so hallo bist du noch da ja guten Tag hörst du mich hallo hallo ja ist er grad weg wer ja ja gut dann würde ich sagen beende ich den Park gleich hier was ich so so vor hatte und mal schauen wo er hin ist ich hab nichts gemacht ja jetzt bin ich da hä was ist denn jetzt los also Skype läuft geht's wieder ja sehr lustig wie immer ja dann boah jetzt lagts grad auch wieder irgendwie hm komisch warte ist es da richtig hier so hier so ja was dann ich kann nur die Schulterschützer nehmen na ich weiß jetzt nicht ob die besser sind zwar ein Rüstung mehr aber hörst du mich jetzt wieder will er statt Kraft höchstwert äh ruhig steh mich halt so den Auftrag lehne ich jetzt ab einfach hallo weil wir ein Pre weiter machen im nächsten Part anlegen hä hm irgendwas stimmt grad nicht beim Spiel also ähm hm ich kenn mich grad nicht aus gut dann sag ich mal tschüss und im nächsten Part sind wir dann im Breland au revoir au revoir ja 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 ja